Musik Heyho meine lieben Mangelfreunde herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und ich meine es ist schon ein bisschen länger her als jetzt das letzte Video und es liegt einfach halt, es lag daran, dass zuerst mal PC Probleme gemacht ist, ständig abgestürzt und alles dann ging es weiter mit, dass mein Schnittprogramm abgestürzt ist ich habe auch so nichts da probiert und jetzt habe ich es inzwischen eigentlich gefixt mit einem kompletten Mainboard Reset habe ich alle Probleme jetzt einfach gelöst das war jetzt gar nicht und ja und ich wollte mich jetzt heute mal bei euch entschuldigen dafür, dass jetzt so lange kein Video mehr kam es ist fast drei Monate, also über drei Monate jetzt und ja ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen und als Entschuldigung habe ich für euch auch hier drei Steam Keys nein das nicht hier in dieser Datei befinden, äh drei befinden sich fünf Steam Keys die ich an euch als Community geben möchte, also in einem giveaway und ja was ihr dazu machen müsst, ist einfach nur durch dieses Video gehen, Kommentar schreiben, meinen Kanal abonniert haben und schon seid ihr dabei und habt die Chance auf einen von fünf Skis wenn ihr hinweist, das sind ähm Steam Ding ähm ja wenn Steam sich jetzt mal starten würde hm jetzt mal in meine Bibliothek gehe okay und dann auf alle äh das habe ich geschenkt bekommen, habe ich geschenkt bekommen, also über dieses Ding das habe ich mir mal gekauft dann das habe ich wieder ruhig bekommen, bekommen, bekommen dann und das habe ich sogar bekommen das und das habe ich sogar noch bekommen also das war bisher das beste Spiel wo ich rausgezogen habe ich meine, man kriegt natürlich mehr Crab aber mit etwas gibt es ihm auch echt ein geiles Spiel raus und ja das ist eigentlich schon schon das geile Spiel ich meine, Original kostet es glaube ich bei Steam 20 Euro wenn ich es richtig weiß ne mhm ja ja, also fast 20 Euro habe ich damit dann einfach kostenlos geschenkt bekommen und ja, also man kann halt eben solche Spiele hier rausziehen wie das hier ich meine, das ist das beschissenste Game Ever von dem, wo ich bekommen habe oder halt auch sowas geiles hier wie das hier das ist jetzt nicht mehr anliegen, hat das einfach nichts zu tun das ist einfach nur halt von Steam Sortierung aber ja deswegen, ich habe die Chance darauf wie gesagt ich habe euch die Chance gesagt, die ihr mitmachen müsst ich kann es auch nochmal einbinden als erstes schönen Kanal abonnieren dann noch das Video gehen und Kommentar schreiben und im nächsten Video werde ich dann einen von also einen, fünf von euch aussuchen die dann einen von diesen fünf Steam Keys bekommen ja und sagen, das war es mit dem Video macht's gut, bis zum nächsten Mal ciao Leute und fertig zu